Was hofften wir in dieser Wildnis zu finden? Wieso verließen wir unsere Heimat, unsere Familien, das Haus unserer Vorväter? Wofür? Für das Reich Gottes. Lasst uns beten. Mein erster Tipp nennt sich The Witch und ist das Regie-Debüt von Robert Eggers. Ein Film, über den Stephen King twitterte, dass er ihm eine hellen Angst eingejagt hätte. Und auch viele Kritiker warfen mit Lob nur um sich. Das schürte natürlich teuflisch hohe Erwartungen und demzufolge fiel dann auch der Frust beim US-Publikum hoch aus, als es merken musste, dass The Witch eben kein reines Schreckfest ist. Buh, Buh! Da bist du ja, da bist du. Buh, Buh! Sam? Samuel! Unschwer zu erkennen, The Witch geht in seiner Geschichte weit zurück. Neuengland, 1630, eine zutiefst pulitanische Familie, zieht in die Wildnis, um ein wahres christliches Leben zu führen. Doch es soll alles ein bisschen anders kommen. Erst bleibt die Ernte aus, dann verschwindet das jüngste Kind und die Familie beginnt immer mehr, sich gegenseitig zu beschuldigen. Am stärksten trifft es dabei Tochter Thomasin, die von ihrer Familie zunehmend in die Hexenecke gedrängt wird. Schwerter, Philipp, schwerter, Philipp, mit Tronisch im Gesicht! Geh zurück! Hört schon auf damit! Schwerter, Philipp, zurück! Zurück! Also nochmal, wer von The Witch modern US-Gruise wie Conjuring oder Insidious erwartet, legt in diesem Fall die falsche Scheibe in den Player. Es gibt keine Jumpscares, die Optik ist bewusst so naturalistisch wie ein Bild von Albrecht Dürer und die Sprache ist selbst auf Deutsch fast so undurchdringlich wie der Wald, an dem die Familie lebt. Denn das alles hier basiert auf überlieferten Schriftstücken, Sagen oder auch Tagebucheinträgen. Wer aber Filme wie Rosemary's Baby, A Feel in England, It Follows oder Das Weiße Band von Michael Haneke mag, der sollte diesem düsteren Psychodramamärchen auf jeden Fall eine Chance geben. Oder sich vorher nochmal die Folge 36 von Frische Filme anschauen, in der ich ein bisschen ausführlicher über diesen Film spreche. Man merkt es vielleicht, zusammen mit Komponist Mark Corven und Kameramann Jarim Blaschke gelingen Ergers ein paar unerträglich intensive und wirklich anspannende Momente. Und die Blu-Ray weiß diese wunderbar zu präsentieren. Gerade im HDO-Ton können das Soundtrack und die Klangkulisse ihre unheimlichen Wirkungen komplett voll entfalten. Zum Beispiel, wenn der Wind durch die Bäume huscht, sodass sich die Nackenhaare bei einem aufstellen. Daneben punktet das Bild mit einer sehr interessanten Farbpalette und fein aufgelösten Details. Der naturalistische Stil des Films hat mitunter aber auch zur Folge, dass die dunklen Bereiche relativ wenig Details oder Schattenabstufung anbieten und zulassen. Der größte Minuspunkt findet sich allerdings in der Bonus-Sektion. Es gibt nämlich gar keine Extras. Wer diesen Fehler verzeihen kann, darf diesen mutigen, akkuraten und eigenwilligen Film gern eine Chance geben. Meine Ranks-Tags, Hexenwahn, Atmosphärisch, Puritanisch, Kaninchen und Psychodrama. Kommen wir am Schluss zum Punkt. Fuquas' Die glorreichen Sieben ist mehr Wild-West-Show als Wilder Westen. Vom Blickduell über Reiterkolonnen im Gegenlicht bis hin zum Totengräber, der sich genüsslich die Hände reibt, wird so gut wie jedes Klischee in diesem Film abgebildet. Aber das geht völlig in Ordnung, denn es ist technisch sehr gut gemacht, nimmt sich nicht allzu ernst und beweist auf seine Weise, wie viel Strahlkraft, Romantik und Faszination das Genre noch besitzt.